Was? Okay, wir verstecken sie lieber doch mal Wir machen die Türe zu Wir haben also da hinten noch eine Wache Und Hatten wir nicht noch irgendwo einen Stein? Ungünstig Ich versuche auch über die andere Seite reinzukommen Aber erst wenn er zurückgeht Das klingt Das klingt Ich dachte, ich würde wenigstens die Tabs jetzt oder sie sehen. Ich brauche irgendetwas zum Schlagen. Okay, ich glaube, ich muss sie von hinten erschießen. Okay, ich würde wenigstens die Tabs jetzt machen. Wo ist jetzt der Zweite? Okay. 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 schüsse brauchen sie also in den kopf er kommt zurück la 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 unser freund fällt jetzt natürlich nicht auf dass er nicht mehr patrouilliert schäkpo und englück ich habe zu viel chili gegessen in welchem zelt schläfst du noch mal in deinem ich werde diesen koch umbringen wirst du mich verarschen der sieht die nicht was zum jetzt kann ich natürlich sehen dass wir jetzt alle umgebracht haben hier ich kann die gar nicht mehr verstücken doch doch ich komme ich natürlich wieder nicht durch wenn ich sehe ich gehe das ist ich will ich 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 Das war's für heute. Zumindest haben wir's ganz gut hingekriegt. Es scheint, als hätte McCall sein Zelt aus Golfkriegszeiten aufgeschlagen. Du kannst dir die Farbe sicherlich vorstellen. Das war's für heute. So, dann sieht ihr uns schon mal von oben nicht mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, das Meer dahinter steckt, als wir erwarten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Es war mir eine Ehre, Sie zu treffen, Colonel McCall. Er ist noch ungeduldiger als seine Leute. Sie sind ein exzellenter Beobachter, General. Ich habe alles aufgezeichnet, wenn du deine Unschuld beweisen möchtest. Ich weiß zwar nicht. Ich weiß zwar nicht, wo die Waffensendung hingeht, aber wir werden sie hochgehen lassen. Ich weiß nicht. 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 Ich danke mich. Bis dann. Bis dann. Bis dann.